Hallo und herzlich willkommen zum neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt, Porträt mit Bela, Teil 2. Im ersten Teil haben wir uns mit dem Frontal-Lumis beschäftigt, im zweiten Teil geht es um die Hauttöne und wir werden versuchen, eine realistische, dreidimensionale Kugel zu malen. Das heutige Video ist aufgeteilt in drei Teile. Wir werden, bevor es überhaupt losgeht, anfangen uns anzuschauen, was Bela geübt hat und so ein bisschen die Hausaufgaben sozusagen anschauen. Im ersten Teil des eigentlichen Videos geht es dann um die Hauttöne und zwar die Hauttöne im Licht. Im ersten Farbauftrag und die Hauttöne im Schatten, das ist bei mir immer der zweite Farbauftrag, der dann mit den dunklen Schattenfarben darüber kommt. Der zweite Teil des Videos beschäftigt sich mit dem Zeichnen zunächst einmal einer realistischen Kugel. Warum wir die Kugel üben müssen, bevor wir überhaupt an ein Porträt herangehen, das werde ich dann erklären. Und der dritte Teil verbindet dann beide Elemente, die Hauttöne mit der realistischen Kugel in 3D-Optik zu einem hoffentlich schönen Ergebnis. Genau, schauen wir zunächst mal auf die Hausaufgaben, würde ich sagen. Hast du denn ein bisschen was gezeichnet? Ja, ich habe nicht 30 Porträts, sondern drei gemacht. Ja, aber wir müssen ja auch dazu sagen, wir produzieren natürlich diesen Film vor. Das heißt, wir haben den letzten Film vor anderthalb Wochen aufgenommen. Es sind jetzt nicht, für uns sind nicht vier Wochen dazwischen. Bela wird natürlich noch in der verbleibenden Zeit tüchtig weiter üben. Natürlich, sicherlich. Okay, also es ging ja darum, den Lumiskopf mehrfach zu wiederholen. Da wollen wir mal schauen. Bela hat es hier in seinem Heft gemacht. Bela, was ist dir aufgefallen, als du das dann mehrfach wiederholt hast? Ja, das erste Mal habe ich direkt, nachdem wir die erste Aufnahme gemacht haben, den ersten Versuch gemacht. Da ist mir das noch ganz okay gelungen, würde ich sagen. Ja, weil die Erinnerung noch frisch war. Genau, ich habe, wie ich erzähle, vielleicht ein paar Sachen so ein bisschen zu klein gemacht. Ein bisschen sehr kantig, das Gesicht. Aber wenn man dann sich den nächsten anschaut, wo ich dann bestimmt eineinhalb Wochen oder eine Woche Pause hatte, muss ich mich, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Wichtig ist ja immer, dass man übt. Also der ist ein bisschen später sozusagen aus dem Gedächtnis schon heraus, den Lumis. Du hast ja nicht das Video nochmal angeschaut vorher. Naja, doch, ich habe schon dieses Bild offen gehabt von deinem Arbeitsblatt. Das Arbeitsblatt. Okay, dann haben wir hier den dritten. Ja, und das ist doch toll. Die sehen sich alle in irgendeiner Weise ähnlich, als wären sie aus einer Familie. Und trotzdem ist es jedes Mal auch wieder unterschiedlich. Das stimmt. Die genaue Ähnlichkeit dann hinzubekommen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, genau. Und den habe ich halt direkt nach dem gemalt, hier gezeichnet. Und ich finde, er sieht schon direkt auch besser aus als der, weil ich dann halt versucht habe, die Sachen, die ich hier falsch gemacht habe, so ein bisschen besser zu machen. Ja, prima. Gut, und dann hast du auch noch diese Übungsvorlage hier bearbeitet. Wollen wir die nochmal anschauen? Da sollte ich ja erstmal die Lumis-Methode an den Kopf anwenden. Da habe ich hier den Kreis eingezeichnet, das Quadrat, die Abschnitte. Und dann habe ich versucht, das zu übertragen auf ein weißes Papier. Man sieht es hier noch ein bisschen durch die Hilfslinien, ne? Genau. Die hast du dann auspapiert. Da habe ich das alles wieder heiß gemacht, das Quadrat, die Abschnitte. Und ich finde, es ist ganz okay geworden. Man kann, wenn man die jetzt wehmeinander sieht, schon sehen, dass es, glaube ich, dasselbe Mann sein soll. Ja, sehr gut. Es ist vielleicht ein bisschen dünner geworden, das Gesicht. Und die einzelnen Merkmale sind natürlich jetzt nicht so eins zu eins gleich. Aber wenn das dann so alles zusammenspielt, kann man sich schon erdenken, dass es derselbe sein soll. Es ist jedenfalls mit dieser Übertragung durch den Lumis zunächst mal schon eine Hilfe, nehme ich angewiesen, ne? Mhm. Gut, prima. Also ich finde das ganz großartig, dass er das so schön geübt hat. Ich hatte für die Unterstützer der Aquarellwerkstatt auf meinem Discord-Chat, das ist ja für alle ab 5 Euro Unterstützer-Paket, so, dass wir da zusammen einen Chat haben mit Hausaufgaben, noch einmal Porträts, die man auch über diese Lumis-Methode übertragen kann, hochgeladen. Und davon habe ich selbst auch ein paar geübt. Wir sehen hier so ein paar, die ich jetzt nochmal geübt habe, immer mit dieser Lumis-Methode von der linken Seite auf die rechte Seite übertragen. Und ich würde sagen, ich werde hier von 3 auswählen und auch für die Unterstützer dieses Kanals als Übungsmaterial jetzt noch zur Verfügung stellen. Per Mail und dann auch auf der Steady-Seite immer zu finden, zum Runterladen als PDF. So, soweit erstmal zur Hausaufgabe. Jetzt fangen wir an mit den Hauttönen. Die Basic-Hauttöne, die ich verwende, sind gar nicht so viele. Ein Cadmium-freies Cadmium-Orange, ein Cadmium-freies Cadmium-Rot, Alicerin-Carmesin als kühles Rot und das Kobalt-Blau als Blau für die Schattenfarben. Jetzt wollen wir uns die mal hier in unsere Paletten reindrücken und dann gucken, in welcher Mischung wir diese Farben für die Hauttöne benötigen. Genau, du machst das da drüben bei dir. Ich kann zwischendurch kurz auf die Cadmium-freien Farben eingehen. Diese Farben kommen ohne das giftige Cadmium aus und haben aber in dem Farbton eigentlich keinen Unterschied. Ich kann da zumindest keinen Unterschied zu den alten Cadmium-Farben sehen. Deshalb würde ich immer empfehlen, auf die Cadmium-freien Varianten, wenn man sie bekommen kann, zurückzugreifen. Ich arbeite heute hier mit dieser etwas merkwürdigen Palette, weil meine eigentliche Mischpalette hier nicht hinpasst zwischen Bela und meinem Arbeitsplatz. Also nicht wundern. Das war jetzt das, was ich gefunden habe. Bela hat drüben auf seiner Seite auch so eine Palette stehen. Die können wir nicht sehen, aber es ist genau das Gleiche. Okay, jetzt wollen wir erst mal schauen, wie wir jetzt die verschiedenen Hauttöne für die verschiedenen Bereiche des Gesichts uns ermischen können. Wir wollen mal vielleicht erst mal drei Bleistiftfelder hier einzeichnen. Ein Arbeitsblatt als PDF zum Herunterladen werde ich noch erstellen für das Mischen der Hauttöne und dann für die Unterstützer dieses Kanals zur Verfügung stellen. Jetzt wird es sich vielleicht verwundern, Bela, wenn ich sage, das Cadmium-Rot ist für mich eigentlich eine super Basis für einen Hautton. Das Cadmium-Rot alleine, wenn man es jetzt in einer schönen, satten Farbe aufträgt, sieht aber so aus. Und da kommen wir natürlich eigentlich, wenn ich meine Hand mal daneben lege, nicht wirklich in diesen Bereich, oder? Nicht wirklich, aber wenn man sehr viel Wasser dazu nimmt. Richtig, wenn man sehr viel Wasser dazu nimmt, dann sieht die Sache schon anders aus. Ja, schau mal. Sieht schon ziemlich identisch aus. Das ist schon gar nicht mal so schlecht und man würde es gar nicht denken. Das ist das Cadmium-Rot. Also wir mischen uns jetzt eine ganz wässrige Pfütze und das kann im ersten Farbauftrag im Porträt gar nicht wässrig genug sein. Und bevor du dein Feld jetzt ausmalst, würde ich gern noch was zeigen. Jetzt würde ich die Farbe eben nicht brav hier anstreichen, mein Fach, sondern ich versuche jetzt schon, um die gewisse Marmorierung der Haut. Die Haut hat ständig hier, auf der Haut haben wir ständig warme und kalte Bereiche, die sich abwechseln. Wir haben mal eine Ader, wir haben eine Durchblutung, wir haben knöchelnde Strukturen, die dann nicht so durchblutet sind. Also müssen wir dafür sorgen, dass die Oberfläche nicht zu glatt aussieht. Und deswegen arbeite ich jetzt so. Ich streiche das nicht nur so an, sondern ich drücke mal den Pinsel, sodass verschiedene, siehst du das hier so, verschiedene marmorierte Effekte entstehen. Also die Pinselarbeit locker, ja ist gut, du hast schön viel Wasser. Ne, du hast super viel Wasser. Ich mache auch bei mir noch ein bisschen mehr Wasser ran. und wir brauchen natürlich unser Tuch in der linken Hand, damit wir die Pinselnässe kontrollieren können. Schön, Bela hat einen schönen, leichten Hautton. Halt mal deine Hand daneben, nur mal, dass wir sehen, sieht doch gut aus. Prima, also Belas Haut ist noch ein bisschen blasser als meine und deswegen ist es bei mir ein bisschen kräftiger rot. Falls sich hier unten ein Tropfen gesammelt hat, saugen wir den jetzt hier ab. Wichtig ist, wir sehen das hier bei Bela, dass so eine kleine Marmorierung zu sehen ist. Und das haben wir durch diese Pinselarbeit erzeugt. Bei mir ist es auch ganz gut, hier an der Stelle zu sehen. Die nächste Mischung, die ich nehmen würde, ist Cadmium Rot, gemischt mit ein wenig Cadmium Orange und das Ganze so, dass beide Farben noch ein bisschen Eigenleben behalten. Also nicht beide Farben endlos ausmischen, sondern hier hat man vielleicht das Orange liegen, da das Rot. Und jetzt gehen wir wieder ganz munter hier an unseren nächsten Fleck ran und setzen das Orange und das Rot mit sehr viel Wasser in die Fläche. Ein bisschen viel Orange, kannst du ruhig noch ein bisschen mehr Rot dazu nehmen. Viel Wasser und wieder mit dem Pinsel drücken und schieben und ziehen. Sehr schön. Prima. Und die dritte Mischung, die wir machen, ist mit Alizerin Karmesin. Das ist ja dieses schöne, kühle Rot und auch wieder ein wenig Orange mit dazu. Und das Ganze wieder auf dem Blatt gemischt mit viel Wasser. Ups, da hatte ich zu viel Orange. Mit dem Orange? Ja, mit dem Orange. Aber ja, so mit viel Wasser gemischt. Und dann haben wir noch ein bisschen Orange damit reintropfen, dann hast du genau diese Marmorierung von, oder den ständigen, dann ein bisschen mehr Wasser, Farbwechsel zwischen warmen und kalten Hauttönen. Gut. Und immer gilt fürs Aquarell, je weniger Striche, umso besser. Ja, also man würde jetzt nicht stundenlang da noch rumarbeiten in dem Blatt. Hier ist doch toll, da ist es kalt, da ist es warm. Und noch absaugen den Tropfen, prima. Und jetzt gucken wir uns die beiden Ergebnisse mal an. Bela ist noch so ein bisschen blasser unterwegs, aber ich habe ja auch gesagt, viel Wasser und wenig Pigment für den ersten Farbauftrag. Die schattigen Aufträge kommen noch. Bei mir gefällt mir ganz besonders hier der letzte Bereich. Guck mal, wenn ich das so hier ranhalte bei mir, ja, ich habe hier diese kühlen Bereiche in der Hand und dann gibt es hier diese Orangenen. Das ist hier eigentlich schon eine sehr schöne Hautfarbe mit dem Orange und dem Alizerin-Karmesin. Und wenn man es ein bisschen eiliger hat, dann würde man nur mit dem Cadmium-Rot arbeiten. Willst du noch einfach vielleicht hier drunter probieren, wo du ein bisschen kräftiger arbeitest? Und für euch zum Nacharbeiten, man muss natürlich jetzt nicht hier diese Fächer mit dem Bleistift vorziehen, man kann einfach Flecken setzen, das ist völlig egal. Genau, und jetzt haben wir beim Bela genau das, was dann oft passiert, wenn man sagt, ich nehme jetzt ein bisschen mehr Farbe, schwupps, hat man gleich ganz viel mehr Farbe, ja, und dann müsste man wieder das ein bisschen drehen und wenn. Was wäre jetzt mit dem Gesicht hier, wenn du so ein Gesicht malen würdest, was hättest du da für ein Gefühl? Ein bisschen orange. Würde ich auch sagen, ein bisschen zu. Also noch ein Fach darunter, einen Platz haben wir ja noch und dann kannst du es noch mal probieren. Und ihr merkt, das ist eben jetzt hier dieses Mischen in der Palette, braucht sehr viel Erfahrung, denn ich muss halt wissen, wie viel Wasser, wie viel Farbe ergibt jetzt genau die Mischung, die ich haben möchte. Ja, schön. Gut, ein bisschen Wasser noch rein, ein bisschen orange. Ja, und ich würde mal sagen, Bela bräuchte vielleicht jetzt noch so zehn Fächer und dann würde es perfekt sein. Also das ist da schon sehr schöne, das sieht jetzt schon super aus. Ja, das ist nicht so schlecht. Toll. Gut, das ist der Bereich für die hellen, beleuchteten Stellen auf der Haut. Jetzt müssen wir natürlich grundsätzlich sagen, dass es so viele verschiedene Hautfarben gibt und Hauttypen gibt und auch, es spielt auch eine Rolle, ob ich in der morgendlichen Beleuchtung die Haut anschaue oder vielleicht im Abendlicht. Das ist ganz klar. Was wir jetzt hier erst mal für heute machen, ist ein Basis-Hautton für, sagen wir mal, mitteleuropäische Hauttypen. Jetzt einfach mal ganz grob gesagt, wir müssen irgendwo anfangen, wir können sicher in späteren Videos auch noch auf andere Hauttypen eingehen, sehr gerne, aber der Beginn ist jetzt erst mal so. Jetzt haben wir die beleuchteten Hautstellen schon uns farblich überlegt und jetzt kommen die Schattenbereiche im Gesicht. Vielleicht kann ich dazu ganz kurz noch erzählen, dass wir das Gesicht auch auffassen können als eine Gebirgslandschaft und die Nase zum Beispiel ist der Mount Everest, könnte man sagen. Also, wir können uns vorstellen, im Gesicht gibt es ständig Höhen und Tiefen. Wenn wir mal einfach mal über unser Gesicht drüber fahren, von links, Bela kannst du einfach auch mal machen, von links hier über die Wange und mal erspüren, wie es hoch und runter geht. Auch schon auf der Wange selbst haben wir eine Rundung und wenn wir hier runterfahren oder wir gehen jetzt einmal vielleicht hier hoch und runter, also hier mal und dann merken wir es noch deutlicher, wie es wirklich eine Berg- und Talfahrt ist im Gesicht. Es ist also wirklich wichtig, ein Porträt in der Dreidimensionalität darzustellen, um die Räumlichkeit zu erzeugen und um Volumen zu erzeugen im Gesicht. Und Volumen erzeugen auf einem Körper bedeutet immer, ihn mit Licht und Schatten darzustellen. Wir kommen also nicht umhin, bei einem realistischen Porträt besonders Augenmerk auf die Schattenflächen zu richten. Und deswegen kümmern wir uns jetzt um die geeignete Farbmischung für den schattigen Bereich im Gesicht. Für den Schatten haben wir auch wieder verschiedene Farbmischungen, das ist ja klar, wir nehmen nicht nur eine Farbe, sondern wir mischen uns Farben. Und da gibt es einmal den warmen Schatten im Gesicht und den kühleren Schatten im Gesicht. Für die warmen Schattenmischungen würde ich Folgendes vorschlagen, wir mischen uns die Farbe Cadmiumrot und Kobaltblau. Und diese Mischung jetzt wird mit etwas weniger Wasser vorgenommen. Cadmiumrot und Kobaltblau und das Cadmiumrot sollte in der Mischung ein bisschen überwiegen. Die ganze Farbpfütze hier ist etwas dicker von der Konsistenz als das, was ich vorhin hatte. Vorhin hatte ich sehr viel Wasser dabei. Es entsteht dann, wenn ich diese beiden Farben zusammen mische, ein rötliches Braun, könnte man sagen. Hier ist also jetzt sagen wir mal 70 Prozent Rot in der Mischung und 30 Prozent Blau. Wollen wir mal gucken, wie es bei Bela aussieht? Große Pfütze mischen mit viel Pigment und viel Wasser. Ja, und jetzt probiere es mal direkt hier neben ein bisschen kleineren Kasten. Sieht gut aus. Okay, Schattenfarbe Nummer eins, eine rötlich dominierte Mischung aus Cadmiumrot und Kobaltblau. Den letzten Tropfen, falls in der Ecke sich einer sammelt, ist immer ein gutes Zeichen, dann haben wir mit genügend Wasser gearbeitet, den saugen wir wieder ab. Okay, prima, das hat gut geklappt, sieht genauso aus wie bei mir. Toll. Die zweite Schattenmischung fürs Gesicht, die ich sehr häufig verwende, ist die Mischung Alizerin-Karmesin, das kühle Rot und Kobaltblau. Das hast du schon, aber wieder cremig, also cremiger als vorhin und wir erhalten ein Violett, also eine sehr kühle Schattenfarbe fürs Gesicht. diese Schattenfarbe würde sich anbieten an einem, ja, sehr schön bei dir, ist ein bisschen mehr, ist ein bisschen wärmer, aber sieht gut aus, an einem sehr heißen Tag, sehr heiße Mittagssonne, dann werden die Schatten bläulich, violett und auch sehr dunkel und tief. Und jetzt brauchen wir einen noch etwas wärmeren Schatten als den da oben und da nehme ich gerne das Cadmium Orange. Wir mischen wieder mit Kobaltblau und bekommen, wenn wir die beiden Farben einfach so mischen, bekommen wir einen grün, also einen grünlichen Hautton, das natürlich jetzt hier ein bisschen verschärft und eigentlich auch im Gesicht nicht unbedingt zu finden. Deshalb müssen wir in die Farbe noch etwas Rot mischen. Also kannst du ja auch erst mal Cadmium Orange mit Kobaltblau mischen, um dieses Grün zu haben, weil manchmal braucht man auch so einen grünen Farbton für die schattigen Bereiche. Ja, ein bisschen mehr Blau noch dazu, dann wird es grüner und dann in die gleiche Mischung einfach noch ein bisschen Cadmium Rot rein und dann haben wir die warme Gesichtsfarbe. Das ist hier die Schattenfarbe, die wärmer ist als die da oben, wo wir nur das, also die gleiche Mischung, dieses Grün und dann noch ein bisschen Cadmium Rot dazu und wieder viel Pigment, denn es soll dunkel werden dann im Gesicht. Ist doch schon ganz gut, ist ein bisschen mehr Wasser, aber ich finde es gut. Ja, es ist jetzt nur die Wässrigkeit bei dir grundsätzlich ein bisschen mehr Wasser, aber es sieht sehr schön aus. Also ich fasse noch mal zusammen, wir haben jetzt hier die drei hellen Hauttöne mit Cadmium Rot, mit Cadmium Orange und Cadmium Rot und mit Alicerin und Orange gemischt und wir haben jetzt hier einen Schatten uns ermischt, der würde ich mal sagen neutral, Schrägstrich warm aussieht mit Cadmium Rot und Kobalt Blau. Hier haben wir einen kühlen Schatten gemischt fürs Gesicht mit Alicerin und Kobalt Blau und dieses sind besonders warme Schatten. Einmal die grünliche Version mit Orange und Blau und hier die Version mit Orange, Blau und etwas Rot. Das wären jetzt also so die Basics, mit denen man schon in der Porträtmalerei im Aquarell relativ weit kommt. Es ist so, wenn ich jetzt einen großflächigen Schatten wie bei unserem Loomis-Kopf, der hat ja rechts und links schattige Bereiche im Gesicht mische, dann variiere ich die Schattenfläche auch noch innerhalb dieser Temperaturen. Also ich würde jetzt nicht eine Wange komplett mit so einem Schatten malen, sondern so eine Wange hat eben immer warme, kalte Bereiche. Also diese verschiedenen Mischungen werden dann ständig abwechselnd auf dem Gesicht auch erscheinen. Nicht nur eine Mischung. Okay, dann haben wir diesen ersten Teil fertig und kommen jetzt zum Zeichnen der Kugel. Bevor wir mit dem Malen eines Porträts loslegen, würde ich gerne in einer Basic-Übung eine einfache Kugel üben. Wir haben ja beim ersten Film über das Porträt schon über diese Kugelform hier des Schädels gesprochen mit dem kleinen Lumis hier. Jetzt ist es aber so, dass es im Gesicht noch viel mehr kugelartige Formen gibt. Hast du eine Idee, welche das sein könnten? Was ist noch kugelförmig? Die Augen. Die Augen. Die Augenhöhe. selbst die Nase, kugelförmig. Die Lippen, könnte man auch sagen, gerundet zumindest. Genau, zylinderförmig. Das Kinn ist gerundet. Die Wangen sind Halbkugel. Die Ohren sogar hier, die Ohrläppchen sind gerundet. Also wir müssen an fast allen Stellen des Gesichtes Volumen schaffen durch Rundung. Und wenn wir einen runden Körper mit Volumen darstellen wollen, muss die die Ebenenänderung weich sein. Wenn wir einen eckigen Körper darstellen wollen mit Ebenenänderung mit Licht und Schatten, dann ist die Ebenenänderung abrupt und hartkantig. Ich habe tatsächlich mal geforscht bei mir im Gesicht und ich habe nur eine Kante gefunden im Gesicht. Die Brille. Nein, nicht die Brille, sondern eine Kante gefunden im Gesicht. Ich wette, Bela, du kennst diese Kante nicht. Überleg mal, was ist wirklich kantig? Augenbrauen ist nicht kantig, ist alles rund. Das ist rund, 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 keine Kante. Aber eine Kante habe ich gefunden. Zähne sind natürlich kantig, aber die würde ich im ersten Angang beim Porträt nicht unbedingt malen. Nein, die Kante gibt es im Ohr und zwar kann sich da jetzt jeder mal hinfassen. Hier oben, bei mir ist es zumindest so, hier oben gibt es eine wirkliche Kante. Hier, beim Ohrläppchen oben. Hast du die nicht? Hier? Doch. Hier. Kameramann sagt, er hat sie nicht. Hier oben. Und zwar eine richtige Kante, also eine richtig scharfe Kante. Das ist die einzige Kante, die ich gefunden habe im Gesicht und das ist tatsächlich auch die Stelle, wo wir den größten Schlagschatten hier dann im Porträt reinsetzen, an der Stelle hier. Da gibt es immer einen harten Schatten. Alle anderen Schatten müssen weich gemalt werden. Das heißt, wir müssen also, um ein realistisches Porträt malen zu können, zunächst einmal lernen, wie wir weiche Rundungen darstellen. Wir haben hier verschiedene Körper, einige sind rund, hier und hier, und einige sind eckig. Alle haben ja eine Licht- und Schattensituation. Was ist der Unterschied, wenn wir die runden Körper betrachten mit der Licht- und Schattensituation und die eckigen Körper betrachten? Also die eckigen Körper haben klare Seiten, die mit Licht beschieden sind und die dunkel sind und die runden Körper haben einen Übergang, wo es hell nach dunkel wird und da kann man das nicht so ganz einteilen. Da muss man sich hier so ungefähr, hier ist sehr dunkel und dann hier nicht so ganz dunkel, aber es ist halt so ein Übergang. Sehr gut. Und ungefähr ist für mich auch ein gutes Wort, weil hier findet die Ebenenänderung abrupt statt, also sehr klar und hier ist sie ungefähr. Das heißt für uns jetzt im malerischen Sinne, sie ist weich. Ich muss hier also einen weichen Übergang schaffen und hier habe ich einen harten Übergang. Wir haben nur eine harte Ecke, zumindest habe ich nur eine gefunden. Schreibt gerne in den Kommentaren, wenn es bei euch noch mehr harte Ecken im Gesicht gibt. Für die Aquarelltechnik heißt es, wir müssen beherrschen, wie wir eine dunkle Fläche weich mit einer hellen verblenden. Und dann können wir Kugeln malen und Wangen malen und Nasen malen. Es ist immer das gleiche Prinzip. Und daher wollen wir zunächst mal uns damit beschäftigen, eine Kugel realistisch zu zeichnen. Das klingt jetzt sehr einfach, aber wir werden sehen, dass wir einige Tonwerte zunächst einmal in der Kugel entdecken müssen und dann auch zeichnerisch umsetzen wollen. Ich habe hier mal so eine Kugel hingelegt, Bela, und wir gucken mal, wie viele verschiedene Grauwertstufen können wir hier in dieser Kugel entdecken. Also unstrittig ist ja ein Lichtbereich, wenn man genau guckt, sogar noch mit einem hellen Reflektionslicht. Dann haben wir hier den von dir beschriebenen weichen Übergang schon, da ist es ganz dunkel und was passiert, und dann sehen wir noch ziemlich deutlich zunächst mal den Schlagschatten, der ist das dunkelste. Was passiert hier unten an dieser Stelle, wo die Kugel auf den Schlagschatten trifft? Kannst du das sehen? Hier? Da haben wir die, ist das nicht die Reflexion vom Tisch, die dann die Kugel wieder ein bisschen heller erscheinen lässt unten? Sehr gut, Bela kennt sich schon gut aus. Das ist hier unten die Lichtreflexion. In diesem Bereich hier sehen wir deutlich, dass die Kugel etwas heller ist als hier. Kann man gut sehen. Und mir hilft es immer mit diesem Tonwertsucher zu arbeiten. Hier sehen wir nochmal die Verschiebung zum hellen Bereich. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, nicht nur für eine ganz abstrakte Kugel, sondern zum Beispiel auch für eine Nase oder für eine gut geformte Augenhöhle oder einen Augenbrauenvorsprung. Also wir können sagen, ganz hellster Tonwert Stufe 1 ist der Lichtreflex. Zweite Stufe wäre die Eigenfarbe der Kugel, in unserem Fall dann der Nase, des Ohrs, der Haut an sich. Dann kommen die Schattenfarben hier mit weichen Übergängen, sagen wir mal Tonwert Stufe 3 und 4. Ganz besonders dunkel ist es hier im schattigen Bereich, im mittleren Bereich und hier zum Endbereich des Objektes, hier, wo das Objekt auf seinen Schlagschatten trifft, hält es sich wieder auf. Und der allerdunkelste Tonwert, sagen wir 6 oder 7, ist dann der Schlagschatten selbst. Gut, wir wollen jetzt eine Bleistift gezeichnete Kugel zunächst mal mit den richtigen Tonwerten als kleine Übung zeichnen, bevor wir das nachher mit den Farben machen. Wir brauchen wieder einen schönen Kreis, haben wir ja letztes Mal auch geübt, weißt du noch wie? Genau, Bleistift so anhalten, ich würde ihn einfach mittig machen jetzt, das kommt jetzt nicht so drauf an. Bleistift flach halten und erst mal ein paar Schwünge machen, hier, ein paar Kreisschwünge. Es können ruhig falsche Linien dabei sein, was heißt schon falsch? Ruhig ein paar machen, es können ruhig 20 Bewegungen sein, man könnte auch erst mal ein paar Bewegungen in der Luft machen und wenn der Kreis nicht ganz rund wird, das macht nichts, bald ist wieder Ostern, dann malen wir halt ein Osterei. Jetzt brauchen wir noch den Schatten, das je nach Lichtquelle, ich würde jetzt auch das Licht einmal von hier rechts oben kommen lassen, dann wäre der Schatten hier als Ellipse zu sehen, so wie auf unserer Fotovorlage ungefähr. Wieder mit suchenden Bewegungen und wenn du noch mal aufs Foto schaust, so ein bisschen geht die Ellipse hier unten drunter. Jetzt radieren wir so ein bisschen diese überschüssigen Linien aus, dass dann wirklich eine Kugel übrig bleibt und die Kugel selbst sollte auch nicht zu dick gezeichnet sein, sondern es soll nur so eine ganz dünne Form übrig bleiben und die Ellipse hier innerhalb der Kugel radiere ich natürlich auch aus. Um jetzt das Volumen gut darzustellen, müssen wir zunächst mal die lichte Seite der Kugel von der schattigen Seite trennen und dafür brauchen wir hier eine sogenannte Trennebene. Die kann man gut finden, indem man leicht schräg hier sich eine weitere Ellipse in diesen Kreis hineindenkt. Dann kriegt man hier diese Form. Also ich mache jetzt das, was ich hier gemacht habe an der Ellipse, setze ich jetzt hier gedanklich rein. Sieht gut aus bei dir. Halt es dünn, weil das ist nur für uns jetzt zunächst mal eine Orientierung, wo wir jetzt den lichten Bereich vom schattigen Bereich trennen. Und die Ellipse würde dann ja hier, weißt du? Also so eine Ellipse denke ich mir da rein. Nicht richtig bis da, sondern ja und deswegen ist es da oben ein bisschen spitzer. Aber das glaube ich kommt nicht so drauf an. Gut, jetzt trennen wir zunächst mal nur den lichten Bereich vom schattigen Bereich mit einer ganz gleichmäßigen, nicht zu starken Schraffur. Ich werde meine Kugel jetzt hier, obwohl ich euch zu Hause empfehle, sie nicht zu stark zu zeichnen, für euch ein bisschen stärker zeichnen. Also die äußere, die äußere Kontur der Kugel setze ich jetzt hier ein bisschen stärker, damit ihr es einfach im Film gut sehen könnt. Und Bela lässt seine so zart, weil es besser ist, wenn sie ein bisschen ausradiert ist, so wie du es jetzt gemacht hast. So, wir fangen jetzt an mit einer leichten Schraffur. Und diese Schraffur muss jetzt gar nicht unbedingt immer so in der gleichen Schräge sein. Es kann ruhig krumm und schief, also durcheinander, die Striche können durcheinander sein, aber schau her Bela, was ich mache. Ich verbinde Kugel und Schatten mit genau der gleichen Schraffur. Was wir jetzt einsetzen, ist dieser ganz dunkle Bereich, das nennt man Eigenschatten der Kugel, der hier in der lichtabgewandten Seite zu sehen ist, auch hier können wir es ganz schön sehen, und eben der dunkelste Bereich in dem ganzen Kugelkörper ist. Da drücke ich jetzt einfach den Stift ein bisschen mehr auf und setze mir hier der Biegung, also der Rundung hier folgend, eine etwas dunklere Fläche hinein. Wir folgen dieser Trennebene zwischen Licht und Schatten und intensivieren diesen Bereich. Ja, das ist schon ganz gut. Jetzt haben wir also den Lichtbereich gut vom Schattenbereich getrennt. Jetzt brauchen wir den weichen Übergang zum Lichtbereich. Wir wissen ungefähr hier, das können wir uns mal ganz, ganz leicht aber nur einzeichnen, ist der runde Lichtreflex. Ja, ganz, ganz leicht, weil da stört nachher jeder Strich. Ja, also ich würde ihn im Grunde nachher auch nur ausradieren. Es ist nur jetzt, dass wir einmal wissen, wo der ungefähr ist. Und jetzt schaffen wir einen Übergang zum lichten Bereich mit ganz dünnen Strichen. Das heißt, hier drücken wir jetzt überhaupt nicht mehr auf und setzen ganz dünne Striche, wie gesagt, die müssen nicht unbedingt alle einer Richtung folgen, hier in die Kugel hinein. und je näher wir an die Lichtquelle kommen, umso weniger Strichstärke ist dann noch zu sehen. Das ist jetzt, was wir jetzt malen, ist dieser wässrige Farbauftrag von vorhin, von der ganz hellen Hautfarbe. Die Haut hat eine Eigenfarbe, so kann man sich das vorstellen, und hier ist jetzt die helle Eigenfarbe zu sehen. Und je weiter wir hier zum Lichtreflex kommen, umso heller wird es. und hier an diesem Bereich brauche ich einen schönen weichen Übergang. Gut, dann kommt ein schöner Arbeitsschritt und zwar setzen wir jetzt die Trennung zwischen dem Objekt und dem Schlagschatten. Indem wir den jetzt sehr, sehr dick nochmal ansetzen, sehr dunkel ansetzen, trennen wir wieder die Kugel vom Schatten. Da ist zu notieren, dass der Schlagschatten, je weiter er sich jetzt hier in den Raum hinein bewegt, hier, umso heller wird er. Also auch hier brauchen wir einen feinen Übergang. Am dunkelsten ist er direkt unter der Kugel und er wird heller, je weiter er sich jetzt hier auf dem Tisch bewegt. Also weniger Bleistiftdruck und die äußeren Ränder des Schlagschattens sind je nach Beleuchtung häufig etwas diffus. Okay, also was sich jetzt ergeben hat, ist hier eine schöne Trennung der Kugel vom Schlagschatten und was wir jetzt durch unsere Rausarbeitung hier der verschiedenen Tonwerte im schattigen Bereich schon sehr gut sehen können, auch bei dir sehr gut sehen können, ist die Lichtreflexion hier. Das ist hier unten dieser Bereich, wo sich die Kugel wieder auffällt. Den kann man, diesen Bereich kann man versuchen, wirklich mit einem ganz weichen Übergang zum schattigen Bereich nochmal überprüfen, ob das wirklich schön weich ist. Man muss nicht immer in die gleiche Richtung schraffieren, manchmal hilft es auch die Richtung ein bisschen zu ändern von der Schraffur. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch, den hellen Bereich der Kugel noch mehr zum Strahlen zu bringen, indem wir jetzt eine ganz dunkle Hintergrundschraffur machen. Und da, bei mir geht das gut, ich habe hier den Bleistift wirklich sehr, sehr, den kann ich ganz breit aufsetzen. Guck mal, damit hier so ein breiter Strich, guck mal, ob das bei dir auch geht. Nimm mal den, das ist ein 2B, jetzt hat Bela genau so ein Bleistift, wie ich auch habe. Und wenn ich, ich habe jetzt halt eine Weile mit dem schraffiert, dann kriegt der hier so eine Ecke. Genau, das kannst du mal probieren. Das geht doch schon ganz gut. Mit dem kommt man jetzt gut voran. So, und jetzt will ich, sagen wir mal, hier in diesem Bereich einen ganz dunklen Hintergrund hinter die Kugel setzen, so dass dieser helle Bereich jetzt hier leuchtend stehen bleibt. Das wären jetzt bei unserem Gesicht die dunklen Haare oder der dunkle Hintergrund, der mir jetzt wieder hilft, hier eine leuchtende Situation dann herzustellen. Es soll keine Umrandung werden, sondern wir setzen eine dunkle Fläche jetzt hier nochmal an diese Kugel dran. Mit großzügigen Strichen. Also wir haben jetzt hier rechts eine sehr dunkle Schraffur gesetzt, um die Kugel hier im hellen Bereich zum Leuchten zu bringen und auf der linken Seite mag ich persönlich das sehr gerne, wenn wir die Schraffur jetzt, ich werde das gleich noch ein bisschen besser angleichen, aber den Hintergrund der Kugel auf der linken Seite so hell gestalten, dass der Hintergrund heller ist als die Kugel selbst. Diese Spielerei, das ist besonders malerisch, dunkles Objekt heller Hintergrund, helles Objekt dunkler Hintergrund. Und das Ganze hier im mittleren Bereich so verbinden, dass es nicht zu abrupt ist. Also man kann ziemlich lange an so einer Kugel herumarbeiten, macht aber auch Spaß, finde ich, das wirklich ganz fein auszuarbeiten. Und ich finde, wir merken, wenn wir das so zeichnen, wie sehr es doch auf die einzelnen Nuancen ankommt. Also ganz feine Tonwertabmischung, dass dieser Bereich hier unten zum Beispiel nicht zu hell ist, diese Aufhellung, muss eben deutlich subtiler sein als dieser Bereich hier in der Lichtseite. Vielleicht ist das bei mir noch ein bisschen zu hell. Okay, aber so ungefähr haben wir jetzt schon einen dreidimensionalen Körper hinbekommen. Bei Bela sieht es besonders gut aus, finde ich, ist toll geworden. Und jetzt sind wir soweit und können das mit Aquarellfarbe umsetzen. Und wir haben jetzt ungefähr, können wir sagen, 30 Minuten bestimmt gebraucht, um diese Kugel mit dem Bleistift zu malen und jede Nuance einzutragen. Und jetzt ist die Herausforderung mit dem Aquarell, dass es eben besonders gut und flüssig aussieht mit der Aquarellfarbe, wenn man schnell arbeitet. Das, Bela lacht schon, also es ist vom Vorteil, dass wir das jetzt ganz in Ruhe mit dem Bleistift geübt haben. Das ist ein wichtiger Arbeitsschritt, den man nicht abkürzen sollte. Ruhig die Zeit sich nehmen mit dem Bleistift, so eine Kugel, das dauert eine Weile. auszuschraffieren, mit verschiedenem Druck zu arbeiten und dann mit dem Aquarell umso schneller arbeiten zu können, weil ich genau weiß, wo muss meine Dunkelheit hinein und wo ist die Aufhellung hier, die Reflexion und wie dunkel muss dann der Schlagschatten angefügt werden. Gut. Drei Kugeln wollen wir jetzt mit Aquarellfarbe malen, eine Kugel monochrom mit der Farbe Neutraltinte, da würde jetzt auch Paint's Gray gehen oder irgendeine andere Aquarellfarbe und zwei Kugeln mit Hauttönen. Jetzt brauchen wir erstmal wieder drei Kugeln hier mit dem dazugehörigen elliptischen Schatten. Das müsste jetzt ja schon richtig gut gehen. Wie gesagt, wenn das nicht ganz rund ist, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ich finde es sehr gut, wenn man es frei Hand zeichnet. Man könnte natürlich auf einen Zirkel oder einen Glasrand oder so etwas zurückgreifen, aber wir wollen ja auch, das freihändige, lockere Zeichnen üben. Wir werden also zwei Farbaufträge setzen. Ich mache das gleich vor beziehungsweise wir machen es zusammen und zwischendurch, zwischen den beiden Farbaufträgen muss die Kugel komplett trocknen. Wir werden jetzt einmal die hellen Farbigkeiten aufmalen und dann föhnen und dann die dunklen Farben dazu bringen. Neutraltinte haben wir hier und wir malen jetzt, wie wir es vorhin bei den Hauttönen geübt haben, einen ganz hellen Farbverlauf, den ich aber schon, um die Kugel ein bisschen zu modellieren, wenn du einmal guckst, wie ich es mache, Lichtreflex lasse ich frei, dann male ich jetzt hier auf der rechten Seite, also wir machen wieder gleiche Lichtsituationen wie bei unserer Bleistiftkugel mit sehr viel Wasser und je weiter ich jetzt hier nach links komme, umso kräftiger wird meine Mischung. Ich arbeite auf trockenem Papier, ist nichts vorher angefeuchtet und jetzt gehe ich hier mit der dunklen Farbe rein und ziehe mir jetzt das alles in die Schattenellipse mit hinein. Es ist noch nicht viel zu bedenken, nur dass du hier viel Wasser hast in der Mischung und hier drüben weniger Wasser und möglichst schnell sein, nicht über die Gebühr in der Fläche rumarbeiten. Muss nicht perfekt sein, das ist jetzt wichtiger, als dass es überarbeitet wird, also zügig mit einem Gang über das Blatt. Dunkler wird die Mischung auf der linken Seite, indem man einfach in die Mischung, in die Farbpfütze weniger Wasser nimmt und etwas mehr Pigment. Prima. Sie ist ein bisschen... Guck mal, jetzt haben wir jetzt sehr schön für unsere Leute, die uns zugucken hier. Was jetzt passiert? Bela, erzähl, was passiert jetzt? Du kennst das, weil du immer meine Videos schneidest. Es läuft das Wasser in die trockene Farbe und dann löst sich das irgendwie an, so ein Wasserrand. Jetzt entsteht so ein Wasserrand. Wir lassen das mal so stehen, weil das wirklich schön zu sehen ist jetzt für alle. Er wollte also jetzt hier oben noch ein bisschen korrigieren und hat jetzt mit Wasser da reingearbeitet. Diese Sache war aber schon so weit angetrocknet, die ist jetzt nicht mehr so ganz nass und da kommt etwas sehr Nasses in etwas Halbnasses und das ist selbst auf unserem Guten, und wir arbeiten ja auf dem guten Büttenpapier etwas, was nicht toleriert wird. Man könnte jetzt ein bisschen darin rumarbeiten, aber wir lassen es einfach mal so. Ja, wir lassen es so und fangen mit der zweiten Kugel an. Das ist dunkler geworden. Genau, das ist sehr gut hier. Dieser Bereich ist toll und der oben hätte man vielleicht nicht korrigieren brauchen. Und hier müsste es ein bisschen heller sein. Da müsste es eben von Anfang an ein bisschen heller sein. Okay, wir arbeiten jetzt hier mit der Mischung Cadmium Rot und Cadmium Orange. Das war unsere zweite Farbmischung von den Hautübungen vorhin. Und zwar wieder, also jetzt hast du nochmal die Chance, ganz wässrig auf der rechten Seite in der Nähe des Lichtflecks ganz wässrig zu beginnen. Also eigentlich kommt da nur getöntes Wasser hin um den Lichtfleck herum. Das Rot, finde ich, sollte in der Mischung dominieren, nicht das Orange, weil das wird nicht so wirklich Hautton, wenn wir zu viel Orange drin haben. Und wir achten wieder ein bisschen auf die Pinselarbeit, dass wir nicht so gleichmäßig anstreichen, sondern mal drücken. Also mit der Palette hier habe ich Schwierigkeiten, die ist mir viel zu klein. Sie sieht toll aus, die Kugel. Die ist gut geworden. Wir sehen wieder, wenn ich meine Hand da hinlege, wie viel Wasser und Belas Hand auch, wie viel Wasser wir brauchen, um einen realistischen, hellen Hautton darstellen zu können. Bei mir ist es mehr Orange drin. Ja, wie eine Eiskugel, leckeres Eis. Was ist das dann? Joghurt, Erdbeer oder sowas? Okay, jetzt gehen wir zur nächsten Kugel. Wir sind immer noch beim ersten Farbauftrag. Der zweite kommt ja dann, wenn es schön getrocknet ist. Und ich würde jetzt mal vorschlagen, wir nehmen Alizerin, Karmesin und das Orange. Das war ja diese wirklich überzeugende Hautmischung von unserer ersten Übung. Alizerin, Karmesin und Orange und das Ganze nicht ausgemischt auf der Palette, sondern beide Farben möglicherweise noch erkennbar in der Kugel. Immer daran denken, die Haut wird verschieden durchblutet. Mal überwiegen die warmen Anteile, mal die kalten und das Ganze wechselt sich ab. Prima, jetzt brauchen wir einmal den Föhn. So, jetzt modulieren wir die schattige Seite der Kugel noch besser aus. Wir haben jetzt den großen Eigenschatten hier, die Auffällung hier und den Schlagschatten, den wir dann noch dunkler darunter setzen. Folgendes würde ich vorschlagen, ich mische mir jetzt die Neutraltente, wir fangen wieder mit der Monochromkugel an, ich mische mir eine etwas kräftigere Pfütze, wie vorhin bei der Übung für die Hauttöne, da haben wir auch gesagt, der zweite Farbauftrag braucht mehr Pigment, aber immer noch viel Wasser und gehe großzügig in diesen Bereich hier. Ja, das ist viel Pigment, vielleicht ein bisschen zu viel, aber wir sehen. Und hier in den Schatten auch hinein und jetzt kommt was Wichtiges, jetzt kommt klares Wasser von hier dagegen kommend, musst vorher den Pinsel ein bisschen abtupfen, kontrolliert hier rein und was entsteht, ist der weiche Übergang. Das ist ein bisschen tricky. Ich zeige dir gleich noch eine andere Möglichkeit, mit der man es auch ganz gut weich kriegt. Genau, und dann den Pinsel ausspülen und mit klarem Wasser von der gegenüberliegenden Seite die Sache verbinden. Und dabei kann man den Pinsel so ein bisschen aufdrücken und dann kriegt man eigentlich eine ganz schöne weiche Verbindung hin. Genau. Was ich dann noch mache, ich ziehe mit einem ausgetrockneten, abgetrockneten Pinsel hier den Lichtreflex hier leicht aus der Kugel wieder heraus, wirklich nur leicht und das geht am besten, wenn das noch ein bisschen nass ist hier. Hat geklappt? Hat schon ganz gut geklappt. Super. Und jetzt nehmen wir eine richtig cremige Konsistenz auf von unserer Neutraltinte. Also der Pinsel sollte trocken sein, nicht ins Wasser gehen und ich gehe hier in diese Creme jetzt hinein mit trockenem Pinsel und kann jetzt direkt unter die Kugel nochmal einen intensivierenden Schlagschatten setzen, der das Ganze nochmal ein bisschen im Schatten verankert. Das war das, was wir vorhin mit dem Bleistift gemacht haben, dass wir gesagt haben, am dunkelsten ist der Schlagschatten direkt unter dem Objekt. Also es gibt so ein paar zufällige Momente bei dieser Art des Schattenauftrages. Wir haben das nicht ganz unter Kontrolle, was hier in diesem mittleren Bereich passiert, hast du wahrscheinlich auch gemerkt. Es entgleitet ein bisschen, aber das ist ja auch das Spannende daran. Und wir haben auch hier, wenn wir das rausholen, ein bisschen wissen wir nicht ganz genau, was passiert. Genau, bei ihm entsteht jetzt hier so ein ganz kleiner, sehr süßer, hübscher Blumenkohl, der passt genau gut da rein. Das sind so kleine Geschenke, die man dann im Aquarell tatsächlich bekommt. Also es ist sehr locker und sehr frei, aber so wollen wir es ja auch. Eine zweite Möglichkeit, die wir jetzt bei der nächsten Kugel probieren, ist, dass wir die gesamte Kugel einmal mit klarem Wasser vorsichtig anfeuchten. Vorsichtig. Muss gar nicht so viel Wasser sein. Das ist jetzt eine Art, den Schatten draufzusetzen, die ein bisschen kontrollierter ist. Aber vielleicht mal gucken, wir werden es sehen, vielleicht nicht ganz so einen malerischen Effekt hat. So, jetzt gucken wir es mal so ein bisschen. Hast du es gut angefeuchtet, überall? Jetzt mischen wir uns unsere Schattenfarbe aus Cadmiumrot und Kobaltblau, wie vorhin. Das Rot sollte in der Mischung überwiegen. Also ich habe jetzt hier in der bewährten cremigen Schattenkonsistenz und was entstehen sollte, ist ein rötliches Braun. Also nicht zu viel Blau in der Mischung. Der Pinsel sollte jetzt relativ trocken sein. Also man könnte ihn jetzt sogar vorne noch mal ein bisschen ins Tuch geben, dass er auf keinen Fall zu nass ist. So, und dann gehen wir hier an den schattigen Bereich, ziehen das rum in den Schatten hinein. So, und haben jetzt hier diesen Bereich, wo wir den Pinsel noch mal trocken machen. Und jetzt können wir mit wenigen Strichen das verblenden. und jetzt spüle ich den Pinsel noch mal aus, noch mal trocken machen und ziehe jetzt hier ganz kontrolliert meine Farbe aus in die Kugel hinein und kriege, wenn ich das ein bisschen fummele, ja, ausspülen, trocken machen im Tuch. Nicht zu trocken. Also man muss ein bisschen Gefühl haben und dann kann man hier die Sache wie ein ein Bildhauer die Sache modellieren. Ich bin hier ein bisschen weit rumgekommen. Mal gucken, ob das noch geht. So, und was wir jetzt noch reinsetzen können, ist dieser besonders dunkle Schatten, wenn wir wollen. Wir haben jetzt einen mittleren Tonwert und einen hellen Tonwert und wir können versuchen noch mal hier Creme anzumischen, gleiche Schattenfarbe wieder. Und hier noch ein bisschen, guck mal hier so reinschraffieren, so ein bisschen, so lange wie es noch, dann wird es noch plastischer. Ja, also so kann man in angefeuchtetem Papier auch einen schönen weichen Übergang, weil es geht uns um diese weichen Übergänge in der Rundung der Kugel zaubern mit Aquarellfarben. Und was jetzt wieder kommt, ist genau das gleiche wie vorhin. Wir waschen einen kleinen Lichtreflex aus. Auch hierfür muss der Pinsel ausgespielt werden und schön trocken hier ein bisschen so abgestreift werden auf dem Tuch und dann ziehen wir wieder ein bisschen die Helligkeit raus und setzen dann auch wieder den Schlagschatten dunkler. Und dann vorsichtig mit der Spitze hier das einaddieren. Da muss der Pinsel wirklich schön trocken sein. Man könnte natürlich für diesen Schritt auch noch warten und das machen, wenn die gesamte Kugel dann getrocknet ist. Kann passieren. Dann einfach nochmal nochmal ein bisschen kräftiger die Farbe hier drüber über den Schatten. Und hier könntest du zum Schluss, habe ich eben auch gemacht, nochmal Farbe abheben, wenn dir das in die Kugel reingelaufen ist. Man kann ja den Lichtreflex, kann man jederzeit nochmal neu die Lichtreflexion, nicht der Reflex ist das hier oben, die Lichtreflexion, hier kann man jederzeit nochmal neu rausholen. Und da sehen wir jetzt schon, was eben das Trickreiche beim Aquarell im Gegensatz zu der Zeichnung von vorhin ist. Bei der Zeichnung haben wir viel Zeit gehabt, wir konnten immer nochmal den Tonwert vertiefen und hier ist es schön, wenn wir viel Erfahrung haben und schnell die Sache erledigen können, dann entfaltet das Aquarell seine große Stärke, nämlich diese ganz eigenen Zufälligkeiten, die dann immer noch entstehen. Bela versucht noch zu retten, was zu retten ist, das ist doch prima. Und dann kann man, man könnte jetzt auch warten und im trockenen Zustand hier nochmal, oh, jetzt war ich da dran, im trockenen Zustand nochmal korrigieren. Die letzte Kugel, würde ich sagen, machen wir wieder auf trockenem Papier, so wie die erste. Ich glaube, das hat bei dir auch ganz gut geklappt. Und die Mischung würde ich wieder nehmen, Cadmium Rot, Kobalt Blau, das ist einfach eine super Mischung für Schatten und wenn du willst, kannst du auch ein bisschen Alizerin mit reinnehmen oder Orange, ein bisschen rumspielen, ein bisschen ausprobieren und alle, die jetzt, die Kugeln in den nächsten vier Wochen, in vier Wochen gibt es den nächsten Porträtfilm, da möchte ich dann gern das Auge ganz in aller Ruhe malen. Bis dahin sollen Kugeln geübt werden, also ich denke mal jeden Tag eine oder zwei Kugeln mit verschiedenen Mischungen. Man kann auch mal eine rote Basiskugel machen, sehr hellrot und dann mit einem grünlichen Schatten arbeiten, zum Beispiel. Es gibt bestimmte Hauttypen, die haben in den schattigen Bereichen sehr viel Grüntöne. Ich variiere jetzt mal hier im Schatten ein bisschen, ich nehme in den Schlagschatten ein bisschen mehr Blau mit rein und jetzt kommt die schwierige Strecke der Verblendung. Das ist immer das, was man ein bisschen üben muss, dass man wirklich kontrolliert hier rangeht. Ja. Also meine letzte hat ein bisschen Bluthochdruck. Bisschen viel Rot drin, aber so ungefähr. Die finde ich schöne Hauttöne hier, super. So, jetzt können wir noch ein bisschen als letzten Schritt unseren Auswaschpinsel nehmen. Das gehört dann, glaube ich, immer noch dazu, den Lichtreflex ein bisschen weicher zu gestalten. Das ist der Kunststoffpinsel hier mit der harten scharfen Kante. Den machen wir uns so ein bisschen nebelfeucht, Wasserglas und Tuch und dann würde ich sagen, lösen wir hier jeweils den Lichtreflex auf der Kugel. Das geht bei der Neutraltinte gar nicht so gut, aber wir arbeiten auch auf der Rückseite vom Papier. Es kann sein, dass es auch daran ein bisschen liegt und machen das Ganze ein bisschen weicher, dann wird es sofort realistischer aussehen. Und so könnte man auch in diesem Stadium hier die Kugel noch ein bisschen aufhellen, wenn man meint, dass es noch nicht genug ist. Das sind immer so letzte Aufhellungen, die ich auch beim Porträt dann noch einfüge, um Helligkeiten wieder zurück zu bringen. Ja, aber ich finde, es sieht gut aus. Sollte natürlich dann vorher richtig trocken sein, die Kugel. Sonst löst man was an, was man gar nicht anlösen wollte. Genau, das ist auch ganz wichtig, dass das Tuch hier, wenn wir abheben, muss das Tuch ganz trocken sein. Ich kann euch nur sagen, übt das wirklich in aller Ruhe, denn es gibt nachher, wenn wir umgehen können mit der Farbigkeit, wenn wir wissen, was wir tun, wenn wir ungefähr zumindest wissen, welche Farben herauskommen, wie die Konsistenz sein muss, um eine dunkle Farbe aufzutragen und wie ich dann mit dem Pinsel arbeiten muss, um eine dunkle Farbe mit einer hellen zu verblenden. Wenn wir das alles gut wissen und beherrschen, dann sind wir nachher einen guten Schritt weiter, um auch die Portraits, also die wirklichen Gesichter zu malen und die Nasen und die Ohren und die Münder und die Augen. Nächstes Mal in vier Wochen geht es hier weiter mit dem detaillierten Auge. Wir werden uns also viel Zeit nehmen, ein Auge ganz genau wieder zu schauen, zu sehen, wo sind die hellen Formen, wo sind die dunklen und wie können wir es dann mit den Farben umsetzen. Das war es für heute. Ich hoffe, ihr habt jetzt Spaß am Weiterüben. Alle Unterstützerinnen dieses Kanals und auch alle Unterstützer kriegen wieder per Mail einiges an Arbeitsmaterial als PDF zum Herunterladen zugesendet. Diese PDFs sind auf der Steady-Unterstützer-Seite auch für die älteren Filme für Unterstützer und Unterstützerinnen immer verfügbar. Ja, was sollen wir noch sagen, Bela? Bela ist K.O., bei uns gibt es jetzt Abendessen. Ich hoffe, ihr habt es auch gemütlich und habt Lust, weiter zu üben am Porträt und begleitet uns noch weiter auf unserer Reise. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Wir sagen erst mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.